Moin Moin Leute und Willkommen bei einem neuen Video mal wieder von TM Gaming. Wir spielen wieder eine schöne Runde Eroberung, was auch jetzt noch diese Aufnahmesession der Fall sein wird. Und dann werden wir uns mal in den nächsten Spielmodi reinbegeben, um mal ein bisschen Abwechslung in das Ganze reinzubringen. Und euch natürlich die ganzen anderen Sachen auch mal zu zeigen. Und natürlich Tobi auch wieder mit von der Partie. Hey, jetzt brauchst du mich auch nicht mehr einsprechen. Zicke. Also so ist er auch, wenn er nur ein Ego ist. Ero, alles klar. Äh. Ja, ich bin mal gespannt. Ich habe gerade so eine ekelige Runde gehabt. Ist das echt schwierig. Das ist nicht eine neue Map, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Bei Schattendiskiganten sagt mir jetzt gerade gar nichts. Ich kann nichts sagen. Ich bin mir auch nicht gerade sicher. Das wäre ja jetzt nochmal der Knaller, so zum Ende der Aufnahmesession. Soll ich jetzt den Knaller zünden? Zünd den Knaller. Irre. Doch, Tatsache. Geile Aktion. Das feiere ich gerade so ein bisschen. Nein, da ist irgendjemand ins Fahrzeug reingeladen. Ja, ich. Ah, direkt. Ja, nicht unter Beschuss bleiben. Mach mal raus da. Mach hier, mach hier. Wey. Ey. Punktus, hey. So, eh. Das ist das nächste Ziel. Komm mal hier rein. Ich habe da so ein Moppet. Ja, dann gibt alles. Achso, da ist so ein Moppet. Ja, hä hä. Jo. Da fahr direkt nach D, oder? Weil E kriegen wir eh nicht mehr viel. Alter. Markiert D. Gleich, direkt. Eins, zwei. Boah, ich kriege mir da jetzt wohl auch die Fresse. Boah. Was? Was ist das denn jetzt? Ist das so ein Stringfall oder so ein Kram? Wollte ich gerade sagen, bitte was? Alter, was war das? Ich habe nur noch irgendein Fass rumliegen sehen, aber ich habe mir da jetzt so nichts bei gedacht. So, weißt du? Vielleicht Treibstoff oder so? Ich habe noch nie gespielt in den Moppet. Keine Ahnung. Ich auch nicht. Krass, ey. Ach so, guck mal hier. Da sind so gelbe Fässer. Alter, rups. Nice. Nice, ey. Ah, ich habe das. Treibstoff oder sowas. Ja, kann gut sein, ja. Auf jeden Fall haben wir das mal gut mitgenommen. Also, nur mal kurz zur Information für alle Spieler, die das Spiel hier noch nicht gespielt haben. Die gelben Fässer sind böse. Tobi so, ich renne einfach mit rein. Ja, gut. Panzer kommt von hinten. Zwei. Ach, oh ja, ich sehe ihn. Schnell weg. Herrlich. Da kommen sogar zwei Panzer. Wir verlieren Einsatzstil, David. Wir verlieren Day. Nein. Oh. Noch nicht jeder lobt auch weg. Das ist ja was ganz Neues. Was ist da los, Kollegen? Verlieren da schon wieder. Korrekt. Bei dir drin. Willst du bei D abspringen, weil da fliege ich jetzt hin? Willst du abspringen? Du kannst doch drinbleiben, mir ist das Schnuppe. So. Ja, dann, nee. Lass mich bei A ab. Drei, zwei, eins, jetzt. Genau jetzt, wo du rausspringst, krieg ich natürlich so ein scheiß Jagdflugzeug hinter mich, ne? Ey, da kriegst du doch zu viel. Bin raus, ich komm auch nach A. Ja, ich hab das Gefühl, da kommt gerade irgendwas Böses an. Ja, da ist ein Panzer. Toll, Tobi. Ganz toll. Ja, hast du gut gemacht. Hast du gut gemacht. Ich kann das gleiche mit dir. Er schießt einfach drei Kilometer von mir entfernt und ich sterbe. Ich auch gerne. Naja. Okay, die Map muss ich erstmal noch inspizieren. Gehen wir mal hier bei den Kollegen bei B hin. Ich bin noch nicht ganz schlüssig, wo ich jetzt ansteigen. Auskliere. Ich glaube, ich komm auch mal nach. Da war das, da war das, da war das. Will er das, will er das, will er das. Ich bin auch in der Überlegung, ob ich jetzt nach B komme oder? Ich greife mal C mit an aus dem Fahrzeug. Ich meine, die habe ich dann auch noch. Hier kannst du richtig krass snipern. Ach, Mann. Hier kannst du richtig krass snipern. Ja. ja da kam ich ja wohl drauf gehalten aber der hat mich komischerweise als erstes gemacht und warum weil das kann weil er es kann wir haben eh verloren nicht gut nicht gut so panzer oder das war das war das gut scheiße ich habe das gefühl auf dieser map geht einfach überall party aber das war richtig party ein schönes panzerfahrzeug da war das ein großes panzerfahrzeug das aus ich hab nix ohne das panzerfahrzeug hat glaube ich hier gefühlt niemand wir haben uns mal B gegönnt hier los wir haben Einsatzstil Bertha verloren ich bin nur dran auf da ist hier noch äh bist du bei mir denn hier? kann ich dir gerade ganz ehrlich nicht sagen ich wollte gerade ein bisschen Gott sei Dank, wieso kann ich die nicht messern? hier ein was nimmst du ein? ok dann wollte ich ganz außer rum gehen ganz außer rum gehen und dann lassen wir hier keine ahnung A, B oder so hier hier wir haben ein gähmiger eroberts oa ist hier noch irgendwo ein Panzer oder was ist das? nee, Flugzeug ach echt? da oben liegen die sagen da oben links jetzt hat ach da an dem baum hier halt da du siehst nur seine bierne und er kriegt die einfach ins denn so da muss ich ja wohl mal was anderes auspacken wohl die werden jetzt wahrscheinlich da sind jetzt noch ziemlich viele von uns gestorben ich kann mir vorstellen dass wir vielleicht noch ein zwei rumtouren weil der nicht gemacht wurde das ist ein bisschen unter verschuss und aus meiner seite kommt ja irgendwie dann haben wir hier ein panzer ach so da ist noch ein panzer entschuldigt dann zu diese Leute die sich mit dem Panzer einfach nicht bewegen ey so fährt er denn nicht weh weh toll ach da hinten kennt der kann er sich jetzt mal bewegen hier in dem scheiß danke läuft gar nicht bei mir weiß nicht irgendwie heute Sniper auch der Panzertyp bewegt sich einfach nicht, der bleibt die ganze Zeit auf einer Stelle da kannst du auch nicht viel machen ach ey das gibt's nicht, kannst du nicht hier? wo bist du denn? ja kann ich Sniper oder was? oh man ey ja merkste ne ja ich würde jetzt hier gerne eine Erste Hilfe ich krieg das so was jetzt kriege ich dich hin ab da hängt Sniper den Echter fehlt ne auch man der bewegt sich einfach nicht in diesem scheiß Panzer da kann er auch ein Schildgeschütz nehmen, ehrlich ne wir haben alle mehr von oh ich hab ihn geguckt oh ich hab ihn geguckt doch ich hab ihn mit ich hab ihn mit ich hab ihn mit 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 er mit er zu er Ah toll Och Alta Nein 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 Was ist los Panzer gegen äh Ach äh Panzerbüchse gegen Sniper Ey gewinn Die Sniperbüchse Ich würde eh hier versuchen einzunehmen Ach dieser scheiß Panzerfahrer geht mir auf den Keks Alter ehrlich Hock die ganze Zeit dann nur zwischen D und Imo rum ey mein Gott Wow So wie kannst du ja auch aus dem Haus einsehen Du für 25 Wey Wo Weiß ich gerade gar nicht Wir haben Einsatzstil Emil erobert Wollen wir mal D Ja mit dem Panzer wäre das auf dem Fall gut ne D aber Panzerfahrer bist du nur dahin geworden Richtig Ich wäre das nicht safe F haben wir auch verloren Wir haben Einsatzstil Vibrate verloren Ähm Boah jetzt kann ich wieder nirgendswo Ich krieg zu viel Ey ehrlich Panzerwagen Wenn das dumme ist so lange wie der eine da mit dem Panzer und nicht stirbt Kommt auch kein neuer Panzer Ja klar Ja aber was macht der denn da Ja der chillt einfach die ganze Zeit nur da rum und gibt mit seinem Scheiß Ja Leute für euch Wenn ihr im Panzer seid Bitte Nehmt Punkte ein Beziehungsweise bewegt euch weil die anderen die anderen fünf Leute die hier drin sind können einfach nichts tun Ja Und wenn du guckst da steht der Panzer Dann kriegen die ganzen Leute nur weil der Panzerfahrer nichts unternimmt Nur wieder zu Ehren Äh 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 zu ähm Drift Tigern weil der aufwegt ist Ja Was wie schlecht war das denn jetzt hier ey Das kannst du gar nicht gar keinem zeigen Panzerzug Ich war zu Ist der Panzerzug schon voll? Hat der Zug Panzerzug Panzerzug Ich begrüße sie Unser Panzerzug ist ein Ich bin Fahrer Ja So, ich halt jetzt einfach mal hier so mitten rein, was? Mach mal. Jetzt fährst du den? Ja. Soll ich mal einen Punkt nach mal andere eingeben, die stehen bleiben. Oh, shit. Äh? Ich kann... Lol, ich bin in dieser Vogelperspektive gefangen. Ich kann nichts mehr machen. Ich habe irgendeinen Bug. Wenn du noch die Mörser schießt vom Panzerzug, dann fliegst du doch so. Ach, jetzt geht's. Gerade war das voll verbuggt irgendwie. Ich fährst mal einen Tacken zurück wegen E. Irgendwann kriegen wir auch noch E was drauf. In der Artillerie. Oh ja, ich sehe ihn. Ah, ich glaube, ich kriege ihn. Ach, nee, pass auf. Und. Rumps. Nein. Nein! Das habe ich jetzt nicht echt gemacht, oder? In dem Moment ist da ein Flugzeug oben drüber geflogen. Ich habe durch das Flugzeug auf die Artillerie-Dingens da geschossen. Oh, sehr gut. Chillig, ey. Irgendwann hat uns wieder bei E los. Ja, leichter Panzer. Ja, ich bin gerade auch das da am befeuern. Hieß sie? Das ist aber ein Panzerfahrzeug. Sehr cool, wenn du das Panzerfahrzeug machst. Ich sehe ihn aber nicht. Also er ist nicht mal... Doch, jetzt. Ah, der müsste aber an den Tacken stehen bleiben. So ein bisschen. Aber ich versuche ihn mal zu erwischen. Ja, komm, 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 komm. Ah, schade, fast. Ein bisschen getroffen. Ich versuche mal den leichten Panzer bei E. Ja, ich versuche mal den Leichten. Ja, läuft gar nicht. Da hinten ist immer noch der Panzerwagen. Der kommt jetzt zu uns. Ah, ich fahre zurück. Wir haben hier einen Voll-Panzerwagen. Ja, den müsst ihr jetzt machen. Weil ich habe mit dem Mörser keine Reichweite dahin. Der ist aber fast down. Ja, warum schaden die wieder down? Der ist aber halt so gut wie down. Ich hoffe, die Jungs nehmen wir jetzt auch eher wieder ein. Mehr wieder alles draufheizen können wir auch nicht, ey. Äh? Ja, bleib stehen, bleib stehen. Dann treffe ich dich genau. 4% damage, ey. Ich sehe gerade aber gar keinen. Und du? Ne. Doch da. Warte. Oh. Okay. Um die kümmert ihr euch. Ich bin mehr so auf die Panzer so ein bisschen fixiert. So, ich fahre jetzt mal mitten zwischen D und C, ne? Ja. Dann können wir da mal ein bisschen einheizen. Krass, Alter. Alter, du hast es gar nicht aufgeachtet. Ich auch nicht. Boah, was? Ja, eine Eisrunde. Krass. Okay, aber Panzerzug war ein bisschen OP gerade. Oh, aber auch kurz durchs Miel, Alter. 22 Minuten nur. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das Spiel wird jetzt noch ein bisschen krasser werden. Ja, ist ja auch nicht schlimm. Heftig. Krass, krass. So, das war wieder ein Spiel mit TRM Gaming. Exakt. Und ja, wir hoffen natürlich, euch hat es irgendwie auch gefallen. So, das ist natürlich ein bisschen erstaunt, dass es so kurz gewesen ist. Ähm, ja. Das war es jetzt auch erstmal mit der Aufnahmesession, würde ich sagen. Und dann fangen wir nächstes Mal mit dem nächsten Spielmodus an. Und hoffen, dass euch der genauso gefällt. Und vor allen Dingen auch uns gefällt. Ja, da müssen wir mal überlegen, welchen wir genau machen wollen. Ähm, ich denke einfach mal mit dem nächsten, oder? Jo, so, die nächste Runde startet. Wir sollten beenden. Alles klar. Ja, äh, wie gesagt, bis dann mit dem Like-Button. Und, äh, über irgendwelche Infos oder Wünsche oder so, würden wir uns immer freuen. Bis zur nächsten Runde. Bis zur nächsten Runde. Bis zur nächsten Runde. Bis zur nächsten Runde.